Willkommen bei Corinna Borg. Seit mehr als acht Jahren selbstständige Vertriebspartnerin von Energetix Bingen. Energetix Bingen kombiniert anspruchsvollen, exklusiven Designschmuck mit der Kraft der Magnete. Millionen zufriedene Kunden weltweit. Die Schmuckstücke lassen sich wunderbar kombinieren. Probieren Sie es aus. Sie können ihr Traumschmuckstück auch online bestellen. Werden Sie Gastgeber einer Energetix Schmuckparty. Sie lieben schönen Schmuck und möchten Vertriebspartner werden? Wir informieren Sie gerne. Funkelnd, verführerisch, elegant, frech oder klassisch. Wir bieten Ihnen exklusiven Schmuck. Schauen Sie doch einfach mal auf unsere Webseite.